Musik Eine Raupe des Königskerzenmönchs eines Falters hat sich auf einem Königskerzenblatt gütlich getan. Das wollen aber die Ameisen gar nicht. Sie greifen an und nach einiger Zeit verlässt die Raupe fluchtartig das Blattchen. Die Raupe des Königskerzenmönchs Die Raupe des Königskerzenmönchs Die Raupe des Königskerzenmönchs Die Raupe des Königskerzenmönchs